Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zurück zur IT-Sicherheit. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, aber heute geht es mal wieder um IT-Sicherheit. Ja, und zwar um reguläre Schutzziele. Wir haben das Thema als Nummer 3 der Playlist IT-Sicherheit schon mal behandelt. Warum mache ich das jetzt also nochmal? Naja, wir haben uns damals nur mit den drei Hauptschutzzielen beschäftigt und ich brauche für die folgende Serie, also für die Identity- und Access-Management-Serie, die jetzt dann demnächst kommt, brauche ich ein bisschen mehr, ja. Denn aus den drei Hauptschutzzielen leiten sich weitere Schutzziele ab und ich dachte mir, das ist eigentlich eine tolle Gelegenheit, euch mal wieder dran zu erinnern, was eigentlich diese Schutzziele waren. Denn man kann das wirklich nicht oft genug sagen. Was wollen wir eigentlich vor Hackern schützen? Und das sind, wie ich schon gesagt habe, die drei Hauptschutzziele. Wir fangen an mit dem C in CIA. Das sind die drei Hauptschutzziele und das C steht für die Confidentiality, zu Deutsch Vertraulichkeit. Und das bedeutet, wenn Informationen geheim sein sollen, dann müssen sie auch natürlich privat bleiben, ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht an eine Person schicke, dann ist das Schutzziel Confidentiality, dass niemand diese WhatsApp-Nachricht lesen kann, außer mir und dem Empfänger, weil niemand anderen geht sie was an. So, das ist ein relativ grundlegendes Schutzziel und daraus resultiert im Endeffekt der ganze Need for Encryption, also der ganze Wunsch nach Verschlüsselung. Aber es ist eben sehr, sehr wichtig. Und das bezieht sich nicht nur auf den Kommunikationsweg, aber auch natürlich. Aber es bezieht sich auch darauf, dass zum Beispiel, wenn ich meine Adresse bei einer Webseite angebe, diese Adresse privat gehalten werden muss. Das heißt, niemand anders, außer denen, die es wirklich müssen, sprich mir und der Webseite oder im Zweifelsfall den Moderatoren oder Administratoren auf dieser Webseite oder den Leuten, die sie eben verarbeiten müssen, niemand anders darf diese Adresse dann lesen, weil, naja, eine Adresse ist ein sensibles Datum gemäß DSGVO und dementsprechend ist es schützenswert. Und deswegen brauche ich hier Confidentiality. Okay, das ist zum einen das Erste, was wir sehr, sehr dringend brauchen. Das Zweite ist das I in CIA und zwar die Integrität oder Integrity. Und die Integrität bedeutet sowas wie die Unveränderlichkeit von Daten. Das ist erstmal abstrakt. Lasst mich euch deswegen wieder ein paar Beispiele geben. Selbes Beispiel wie vorhin. Wenn ich, sagen wir mal, eine WhatsApp-Nachricht schicke, dann möchte ich nicht, dass diese verändert werden kann von irgendwem, der dazwischen steht. Im Endeffekt bedeutet das, niemand darf die Nachricht verändern, auch wenn er sie nicht lesen kann. Ich meine, grundsätzlich wäre es immer noch Confidentiality, wäre erfüllt, wenn jetzt ihr eine WhatsApp-Nachricht an eure Freundin schreibt und ich könnte sie einfach ersetzen durch Abonniert The Morph Voice auf YouTube. Das könnte ich machen, aber das wäre halt dann nicht mehr Integrity, die wir beschützt haben. Ein noch viel eindrücklicheres Beispiel nehmen wir einfach mal Online-Banking. Eine Integrität wäre hier, dass die Zahlung nicht verändert werden darf. Dass die Zahlung gelesen werden muss, ist hierbei nicht Voraussetzung. Das heißt, ich kann immer noch Confidentiality haben, wenn niemand weiß, an wen ich eigentlich oder wie viel Euro ich eigentlich überwiesen habe gerade. Wenn ich allerdings als Hacker verändern kann, dass zum Beispiel der Empfänger irgendjemand anders ist, sondern ich mich als Empfänger eintragen kann und auch die Summe komplett frei einstellen kann, dann ist das doof und deswegen gibt es Integrität. Okay, und das letzte Schutzziel der CIA-Trial, also der Hauptschutzziele, ist die sogenannte Availability, die Verfügbarkeit. Klar, es ist unpraktisch, wenn meine Services plötzlich einfach alle down sind. Da habe ich so immer noch Confidentiality und Integrity, aber ja, ich habe halt keine Kunden mehr, weil ich keinen Service mehr habe, weil er ausgefallen ist durch zum Beispiel einen Denial-of-Service-Angriff. Und das macht die Availability so schwer zu erreichen, weil wir halt mit auch solchen komplexen Themen wie Denial-of-Service umgehen müssen. Okay, so, aber welche Schutzziele leiten sich jetzt hieraus denn ab? Und das Problem ist jetzt hierbei, das sind wirklich sehr, sehr komplexe Schutzziele, die sich teilweise leider auch ein bisschen widersprechen. Und zwar, wir starten mit der Authentizität, die Echtheit einer Sache. Das ist anhand von der Identität wunderbar prüfbar, dazu kommen wir noch in der IAM-Serie genauer, aber ist auch ein Schutzziel. Eine Authentizitätsprüfung findet manchmal statt, wenn wir zum Beispiel, um wieder aufs Online-Banking zurückzukommen, verifizieren wollen, dass der Sender einer Sache wirklich genau er ist. Und in letzter Zeit sehen wir immer mehr Authentizitätsprüfungen, denn wir fordern immer mehr, dass eine Sache wirklich von einer Person ist. Es wäre unpraktisch, wenn zum Beispiel jemand auf meinem YouTube-Kanal Dinge posten kann, die ich gar nicht posten wollte. Dann ist zwar immer noch die Integrität da, die Inhalte werden halt von dem Hacker hochgeladen, sind aber unverändert. Die Vertraulichkeit muss nicht gegeben sein in dem Sinne, also natürlich außer für die Account-Daten, aber für das Video muss keine Vertraulichkeit gegeben sein. Und verfügbar sind ja YouTubes Dienste und vielleicht sogar meine anderen Videos immer noch. Das Problem ist allerdings, wenn ich so etwas poste, dann guckt ihr das und vertraut dem ganzen Inhalt, weil ich euch hoffentlich überzeugen konnte mit über 1000 oder 2000 anderen Videos, die halt Informatik erklären. Wenn jetzt allerdings jemand kommt und sagt, hey, wir laden einen Crypto-Scam hoch, der Elon Musk sagt, wie er gerade wieder irgendwas bewirbt, der natürlich übrigens Fake ist, was halt auf YouTube einfach eine Weile rumging, dann ist das eigentlich ein Problem der Authentizität. Das heißt, dass die Echtheit einer Sache, sprich die Echtheit des Uploaders in dem Fall, nicht geprüft wurde oder nicht geprüft werden konnte, weil mein Account dann zum Beispiel gehackt würde. Okay, also das ist unfassbar wichtig, natürlich auch zum Senden von E-Mails oder zum Bezahlen von Rechnungen oder zum Empfangen von Rechnungen und so weiter und so fort. Also Authentizität in letzter Zeit immer wichtiger geworden. Dann haben wir die Verbindlichkeit. Hm, was ist die Verbindlichkeit? Hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied und zwar bei Verbindlichkeit verstehen wir nicht abstreitbare Nachrichten. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Vertrag unterschreibe, dann möchte mein Vertragspartner, dass ich das nicht abstreiten kann. Und die Verbindlichkeit ist ein wahnsinnig interessantes Schutzziel geworden in letzter Zeit. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, in Zeiten von Deepfakes, von gefälschten Posts, von allem möglichen, ist Verbindlichkeit sehr, sehr schwer zu erreichen. Denn, naja, im Grunde genommen, Verbindlichkeit schützt uns vor Sim-Swapping-Angriffen, um mal hier ganz kurz einen Angriffsvektor in den Raum zu werfen. Sim-Swapping-Angriffe funktionieren so. Also, ich würde jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, meine Mutter fälschen wollen. Ja, dann gehe ich einfach zu, weiß ich, zu dem Telefonanbieter, wo sie eben ist. Sagen wir einfach mal, das ist Telekom. Und ich gehe dort hin und sage, ja, ich würde gerne im Auftrag von meiner Mutter eine neue Karte holen. Oder im Auftrag von irgendjemand anders eine neue Karte holen. Oder ich gebe mich direkt als diese Person aus. Und dann zeige ich einen Ausweis oder vielleicht sogar eine Vollmacht, die ich gefälscht habe, weil Unterschriften fälschen, die nicht digital sind, ist leider wahnsinnig einfach. Und schon sagen die, ja, bitteschön, hier hast du die neue SIM-Karte. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann Anrufe im Namen meiner Mutter tätigen oder ich kann sogar zwei Faktor teilweise zurücksetzen. Und das ist natürlich ziemlich problematisch. Deswegen möchte die Telekom an der Stelle eine nicht abstreitbare Nachricht haben. Eine nicht abstreitbare Nachricht in dem Sinne, dass ich mich nicht als jemand anders ausgeben kann oder dass eine Vollmacht von meiner Mutter nicht einfach kopiert werden kann. So, das heißt, wir wollen Verbindlichkeit, aber es ist wahnsinnig schwer geworden, die zu erreichen. Und das macht das ganze Thema zu einem sehr, sehr Spannenden in letzter Zeit. Okay, dazu können wir gerne natürlich noch mehr machen. Da gibt es wahnsinnig viel, was ich zu erzählen kann. Das hier soll nur ein Überblick sein. Weiter geht es mit der Zurechenbarkeit. Und die Zurechenbarkeit ist sehr ähnlich zur Verbindlichkeit. Zumindest hört sie sich so an, ist aber im Grunde eigentlich verschieden. Die Zurechenbarkeit sagt, dass wir etwas schützen wollen vor beabsichtigtem und unbeabsichtigten Störungen. Und das bedeutet im Endeffekt, wir weisen nicht irgendwie meine Identität nach, sondern wir weisen meine Aktionen nach. So, das bedeutet, bei Zurechenbarkeit wollen wir sowas haben wie, wenn ich gehackt werde als Mitarbeiter eines Großkonzerts. Sagen wir einfach mal, ich arbeite bei Google, was ich by the way nicht tue, aber nehmen wir es einfach mal hypothetisch an. Und mein Account oder ich werde jetzt dann gehackt. Ich habe ein Virus auf meinem Rechner. Ich mache aber Homeoffice. Dementsprechend habe ich Zugriff auf sehr viel. Beispiel, dann möchte man eigentlich, dass man das natürlich erkennt, weil weirde Sachen mit meinem Account gemacht werden. Und dann sollen diese anderen weirden Sachen, die dann vielleicht darauf folgen, möglichst verhindert werden. Sprich, man blockiert meinen Account vor eben diesen beabsichtigten und unbeabsichtigten Störungen. Das heißt, man muss wissen, welche Aktion hat wer eigentlich durchgeführt. Und man muss das besprechen, beziehungsweise man muss relativ schnell agieren können. Im besten Fall sogar vollautomatisch. Das ist ungefähr Zurechenbarkeit. Anschließend wollen wir aber trotzdem noch irgendwie die Anonymität gewährleisten. Hier wird es lustig, weil wir brauchen gleichzeitig Identitäten, um die Echtheit, also die Authentizität nachzuweisen, um nicht abstreitbare Nachrichten zu verfassen, um Aktionen zurechenbar zu machen. Aber gleichzeitig wollen wir die anonyme Nutzung von Diensten gewährleisten. Und hier ist quasi vorbei, entweder das eine oder das andere. Hier muss man sich quasi entscheiden, möchte ich eine nachweisbare Aktion haben, möchte ich eine nicht abstreitbare Nachricht oder eine echte Sache haben oder möchte ich eine anonyme Nutzung von Diensten erlauben. Und man kann das Ganze natürlich auch abmixen. Das heißt, ich kann zum Beispiel mir anonym oder fast anonym einen Account erstellen, aber wenn ich zum Beispiel eine nicht abstreitbare Nachricht haben möchte, wie zum Beispiel, ich möchte eine Telefonkarte beantragen oder eine SIM-Karte, dann muss ich mich verifizieren. Solche Mischformen gibt es. Und ja, die DSGVO sagt wahrscheinlich im einen oder anderen hier, was die Datenschutzgrundverordnung oder GDPR verlangt eigentlich Datensparsamkeit. Das heißt, alle Daten, die man nicht sammeln muss, die sollte man auch nicht sammeln, weil dann können sie auch gar nicht erst geklaut werden. So, das ist die Grundidee hinter Anonymität. Und ja, Anonymität ist ein Schutzziel, steht aber im Widerspruch mit ein paar anderen Schutzzielen. Also man muss immer gucken, bei welchem Dienst kann ich das machen und bei welchem Dienst halt leider nicht. Gut, und das Letzte ist die Beherrschbarkeit. Und das ist, ich glaube, das offenste Schutzziel von allen und das am schwersten zu fassende Schutzziel. Denn ein System soll kontrolliert werden können. Das bedeutet, mein System, was ich habe, das soll nicht einfach außer Rand und Band sein. Aber im Endeffekt meint das hauptsächlich, also jetzt nicht auf KI bezogen oder sowas, sondern es meint eigentlich relativ klassisch, wenn ein Hacker Zugriff auf meine Systeme bekommt, dann soll ich die Möglichkeit haben, wenn ich es merke, dieses System einfach abzuschalten, damit nicht weitere Systeme infiziert werden können. Und das meint so ein bisschen die Beherrschbarkeit, auch wenn es sehr vage formuliert ist. Gut, ich hoffe, das hat euch soweit gefallen und selbstverständlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Wünsche habt oder Themen genauer behandelt haben wollt oder vielleicht euch einfach noch was einfällt, was ich in diese Playlist zu IT-Sicherheit reinpacken kann, was definitiv Grundlagenwissen ist, dann schreibt mir das gerne. Ansonsten mache ich einfach weiter mit der IAM-Playlist dann die nächsten Male. Wir hören uns, bis dann. Ciao.